und damit wieder mal ein herzliches hallo und zu einer weiteren spannenden runde es regnet es regnet hurra wir können unsere vorräte erfüllen ich hoffe die beete füllen sich von alleine auf von alleine nicht alleine alleine entschuldigung tun sie das ist schon mal gut hier mal schön unsere flash länder voll machen haben wir zuletzt eine ganze menge wasser gebraucht das ist voll das läuft hier brauchen noch drei holzbretter ein kupfer 3 holzbretter ein kupfer kupfer ist leicht das haben wir hier in der kiste oder auch nicht doch da ja zack so dann haben wir das schon mal aus dem gedanken so wir brauchen drei bretter und sechs geteilte drei bretter und sechs geteilte na toll wir machen einfach erst mal hat auch mit drei ja die damen stehen müssen schon fast alle machen wir erst mal weg dann haben wir das schon mal aus dem gedanken so es fehlen noch zwei geteilte und ein holer zwei geteilte und ein holer so geteilte zack und den holen kriegen auch noch hin schimpfen wir drüber so wir haben ein beet nun wäre es natürlich schön wenn wir große pflanzen hierher kriegen würden das stört mich so ein bisschen aber wir haben doch steckchen oder wir haben doch steckchen wir haben steckchen komm wir packen wir packen eine ganze tonne ein wie brauchen wir denn jetzt davon 20 na gut ja ne war mit dem hammer ne band nein oh gott schon so lange her wo wir die gebaut haben da zahlen platzieren ja 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 schön ist das nicht so richtig schön ist das nicht so richtig schön ist das nicht rauchen die beete wirklich so viel platz wir können ja mal gucken ob man eventuell das da hin und das andersrum erstmal hier herstellen das bett müsste weiter rüber nur klein mühe hatte das nicht so richtig sehe hier da ist dann war ich erstmal den zaun hier her dann kriegt man das noch den zaun aus nein nicht bewegen bauen da ja gut das hängt jetzt ein bisschen in der luft aber können wir das vielleicht noch ein bisschen tiefer da ja man kann nicht alles haben aber man kann es versuchen oder ja gerade ist halt nur dass man hier nicht so recht ja jetzt nicht weiter vor ja ich kann es so akzeptieren dann wäre halt die frage hier noch damit wir nicht fünf treppen brauchen komm 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 da hin komm 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 da hin hätte ich ganz gerne noch äh zack ich sehe gerade die maserung ist falsch rum ja die maserung ist falsch rum ja wir machen uns später drum oder nachfolgend so und dann hätte ich gerne meine treppe wieder so die lampe an hier rein so kann ich nämlich hier hoch habe ich meine werkstatt habe hier mein beet wir gucken ob wir noch ins haunsfeld hinkriegen da den du da ja ja du b obwohl eigentlich so ein geländer ich könnte ja mal gucken ob hier ein geländer hin passt äh Herstellung Geländer. Verbesserte halbe Wand, löst! Da ist mit der Zaun im Weg oder das Beet? Ich vermute mal spät, ne? Guck mal her. Schau mal, es fehlt eigentlich nur noch ein paar Tiere, die man hier einsperren könnte, oder was ist, einbauen könnte. So, mal gucken. So rum. So, platzieren. Ne, das ist wirklich das Beet im Weg. Na, hüpf drüber. Ich will nicht, geh weg. Abbrechen mit G. Eben wollte er nicht. Man muss ja auch mal ein bisschen schön, wir können ja nicht nur draußen rumjagen. Ach so, das sieht nur so komisch aus, weil die Foundation so krumm sind. Geh hin. Ah, nein! Ich habe vergessen, dass die sozusagen, auch den, ich hoffe die, die, die Aufwertung ist nicht verloren gegangen jetzt, oder das Material. Das wäre natürlich ein Pech gewesen, können wir mal ein bisschen Licht machen. Im Dunkeln kann ich nicht arbeiten, das geht nicht. So, und jetzt die Zäune. Ich habe die Brustung. Ich mag Brustung. Das sieht irgendwie doof aus. Muss man das drehen? Das ist dann vielleicht besser jetzt. Na gut, erstmal die. Da. Ja. Quatsch, wenn wir auf Material reinschleppen. Oh, herrschte ein Level 9. Alter. Ja. 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 So, wir brauchen das noch und brauchen das noch. Mal gucken. Haben wir. Und den Eisenbaum haben wir hier auch noch drin. Zack. So. Hier wird er langsam eine richtige Putze draus. Mal gucken. Vielleicht können wir ja die Zäune hier irgendwann auch noch ersetzen. Hier haben wir die Treppe. Hier ist der unteren Zaun rum. Bewegen. Was mache ich jetzt mit den Zäunen? Wie parken wir hier? Bevor wir es auseinander nehmen, parken wir sie hier. So, und jetzt müssen wir... Also, ich möchte gerne, dass unsere Kochstelle hier hinten bleibt. Also, so wie sie war. Richtig schön rustikal. Einfach so mitten in der Landschaft. Das hat mir eigentlich gefallen. So. Ja. Also, mir gefällt das so. Also, ich würde das jetzt gar nicht anders wollen. Mal gucken, ob wir den Zaun jetzt noch herkriegen. Tadam, wadam, wam. Weil ich finde nämlich die Zäune eine super Sache hier. Aber ich glaube, die Steine sind der Weg. Nee, da muss ich noch mal ran. Ja. Guck mal. Wie kriegen wir das da hin? Es muss ja nicht alles super hoch gebaut sein. Aber die Stöckchenzäune finde ich persönlich cool. Mal gucken, dass die vielleicht ein bisschen parallel zu denen stehen. Tun sie. Oh, ja. Einen haben wir noch. Ja, tut mir leid, dass ich euch wieder so mit meinen Baubahnen hier. Ja, wäre hellig, ne? Na gut. Die Trockengestelle wieder her. Vielleicht eins hier für schräg stellen. Und das andere daneben. Cool. Und ein Lagerfeuer hat es ja nicht auch her. Super. Und hier Wasserkübel ist hier. Und hier vorne hin. Ja. Wie ich euch schön immer umrennen kann. Cool. Haben wir den Umgang doch geschafft. Tablete Wagen. Brauchen wir gerade nicht. Und du. Ja. Cool. Aufwertung geschafft. So gefällt mir das. Und dann können wir jetzt hier sechs Pflanzen reinpacken. Ja, darf gerne mit Rand sein. Ist ja nur, dass wir hier ein paar hohe Pflanzen. Jetzt wird es schwierig. Haben wir denn ein paar hohe Pflanzen oder irgendwas, was ein bisschen sinnvoll zusammenpasst? Äh. Agave. Hibiskus. Oh ja, Hibiskus ist gut, weil das ist relativ hoch. Und Eukalyptus. Nimm erst mal die. Du du. Du du du. So. Hier hinten würde ich den Eukalyptus. Da wächst ja relativ hoch, ne. Wollen wir den Hibiskus erst mal hin. Genau. Hibiskus in der Ecke. Und hier ein Eukalyptus. Und hier ein Eukalyptus. Haben wir sonst noch welche Samen einstecken jetzt? Ne. Haben wir noch drei Felder frei. Du du du. Drei Felder. Was können wir denn noch hinmachen? Agave. Würde ich die Agave nehmen und die Eimer lassen. Und die Paprika würde ich lassen, weil da haben wir mittlerweile so viele Pflanzen drin. Das soll ja eigentlich nur dafür sein, dass wir hier ein bisschen Grün haben. So, was hat man jetzt noch? Mais. Vanille hat man noch, ne. Tomate, Pfeffer, Vanille. Ja. Cool. Ja, da kann jetzt hier Grün rauswachsen. Und dann mal gucken, was wir mit dem dann machen. Ob wir das dann auch irgendwo herstellen. Ja. Energie ist low. Ist alles irgendwie ein bisschen jetzt im Eimer. Aber wir haben noch ein Steckchen. Ich brate mir mal schnell. Quatsch mal an. Das Fleisch noch durch, was wir einstecken haben. Wie viel wir können, bevor wir hinzufügen, hinzufügen. Aber jetzt können wir doch hier, oder? So, das haben wir aus den Gedanken. Fleisch ist gebraten. Werkzeug weg. Stecke weg. Cool. Langsam wird das hier mal eine richtige Hütte. Was war mit dem hier überhaupt? Lüffa. Okay, das sind schon die Besseren. Die kann man nicht mehr aufwerten. Kann man euch noch aufwerten? Verbesserungen. Aufwerten. Na, aber sowas von. Ja, dann dich auch noch. Reicht's jetzt hierfür auch noch? Naja. Den schaffen wir noch. Und dann fallen wir um ins Bett. Zack. Dann nimmst du halt dürft, dass es da oben und da unten ist. Mal schauen. Vielleicht ändere ich es ja nochmal. Erstmal schlafen gehen. So, was zu trinken hier irgendwo? Weiß gar nicht. Zu viel gebaut haben können wir ja nicht, dass der hier so Spielrenzen macht. Er will unbedingt, dass wir noch was getrunken haben, nehme ich mal an. Erholsamer Schlaf. Ja. Vier Stunden. Irgendwie schreit hier ein Papagei oder sowas. Gut. Unsere Putze wächst langsam. Das finde ich schon mal super. So, nochmal nach Verdorbenen, nochmal düngen und machen und tun. Das da rein, kommt die Dinger, nehme ich mal trotzdem mit. Also, das war in Ordnung. Hier. Nachfüllen. Okay. Hier. Ebenso. Gut. Erledigt. Düng. Erledigt. Düng. Erledigt. Naja, so landwirtschaftliche Arbeiten. Jörn hat auch mit dazu. Eins noch. Ich schaue jetzt hier aus. Ich weiß zwar nicht, ob man sowieso Salpeter jetzt noch brauchen oder ob ich noch sie für Munition herstellen möchte. Ja, weiße Pilze. Ich weiß, wo weiße Pilze waren. Aber wir brauchen ja nur die passenden roten Pilze dazu. So, das läuft. Baumaterial haben wir, Werkzeug raus. Gut, und dann gehen wir den nächsten Schritt an. Der nächste Schritt heißt Vorbereitung auf den Endboss. Steckchen raus. Werkzeug raus. Die können wir zerlegen. Du kannst hier raus. Komm, die Steckchen. Auch. Gucken wir mal was zurück. Mal reparieren. Ihr könnt sie auch noch mal reparieren. Warum nicht? Ja, naja. Säge reparieren. Bitte. Ab in die Kiste. Bitte. Ja. Säge weg. So, guck mal. Wir haben jetzt noch sechs davon und sechs davon. Schaufel brauche ich gerade nicht. Die Spitzhacke lasse ich dabei. Ferkel bleibt dabei. Motor und Co. Bei den Anzünder. Ich glaube, den brauche ich jetzt nicht. Ich packe es erstmal mit hier weg. Dann habe ich es aus dem Gedanken. Vergammeltes rein. Kohle weg. Dann haben wir die Taschen frei. Weil das Schiff ist ja auch noch nicht leer gemacht. Kohle raus. Vergammeltes, packst du weiter hier rein. Hier würde es eher suchen. So. Essen, trinken haben wir. Dann schauen wir mal, was wir da auf dem Schiff haben. Na du? Ich denke, am Anfang haben wir sie gejagt. Und jetzt? Sind sie unsere Freunde. So, was ist das denn? Fackel gibt bald einen Geist auf. Ich glaube, die reparieren. Die waren noch. Die andere ging nicht mehr. Mal gucken. Was haben wir denn hier noch an wichtigen Sachen. Die können wir schon mal mit rausnehmen. Oder auch nicht. Wisst ihr was? Wir haben doch eine Kiste. Wir haben doch einen Transportwagen. Da. Zwei, drei. So, was kriegen wir denn noch alles mit? Aus dem Wagen. Wo habe ich denn die anderen zwei Bretter gelassen? Wo habe ich die anderen zwei Bretter gelassen? Mist. Können wir die vielleicht mit einmal ausräumen. Aber ich denke mal, ich habe sie. Vier waren es. Ist das eine Herstellung? Ein Wagen? Vier waren es, oder? Doch. Habe ich zwei sozusagen schon verschwendet. Ich bin ein Verschwender. Wie ich mit dem Material umgehe. Ah, jetzt habe ich wenigstens eine Treppe. Guckt mal. Luxus. Tada. So. Du hier rein. Gib mich meine Säge. Da. Zack. Ratter. Zack. Ja. Säge weg. So, da könnt ihr nämlich die Karre leer machen. Dann können wir mal gucken, was wir an Ressourcen haben. Ja, und dann geht es dran. Heilmittel produzieren. Und den Plan schmieden, was ich alles brauche für den Schlangenboss. Achso, den Wagen. Oh, sie will sich durch den Wagen nicht auf der hier drauf bauen kann. Äh, zack. Zack. Und zack. Oh, doch. Da. Okay. Na dann. Einmal leer machen. Zumindest das alles raus, was wir hier nicht brauchen. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir hier nicht. Die können raus. Komm, du schaffst es. Los, du schaffst es. Hab dich nicht so. Ist nur ein bisschen Übergewicht. Los, komm. Oh, das tut mir schon körperlich weh. So. Rüber. Raus. Naja. Aber er ist doch ein guter, oder? Guck mal, wie gut er das immer macht, alles hier. So, was haben wir denn sonst noch? Die Sachen, hat man gesagt, lassen wir. Die Blätter auch. Das zum Reparieren. Seile lassen wir. Die Hacke lassen wir. Das lassen wir. Das brauchen wir. Steinpfeile brauchen wir, glaube ich, nicht. Die nicht. Die Schaufel lassen wir da. Das lassen wir da. Die Seile. Gut, Nummer eins. Was haben wir denn hier noch? Eine Lederhose. Warum ist denn eine Lederhose drin? Haben wir die gefunden, eventuell? Schlafsack behalten wir. Bärenkompott kommt. Lecker schmecker. Noch mehr von den Krummsteckchen. Noch mehr Steinpfeile. Was ich unterwegs nicht alles so aufhebe, das ist unklar. Ja, ich packe es schon weg. Nicht, dass du wieder rumheulst, dass ich dich hier überlade. Ja, raus damit und raus damit und raus damit und raus und raus. Ah, das ist so viel Platz in den Kisten, dass es richtige Müllkisten wären. Wehe doch raus. Nehm. All das Zeug, was ich hier drin nicht brauche. Fleisch kann raus, weil das werde ich eh hier nie durchbrutzeln. Seile, Stöckchen. Stöckchen finden wir überall, wenn wir sie brauchen. Hier haust du mit in die Kiste, da sind sie weg. Zähne, so. Essen lassen wir auf jeden Fall drinnen. Die Säge vorsichtshalber lange Stöcke können raus. Jetzt haben wir hier Lampenöl. Können wir einmal mitnehmen. Pumahaut. Das kann weg. So. Und die auch hier. So. Sieht aus, als wäre es in Ordnung. So. Pum, 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 pum. Ja, mal gucken. Die Holzstämme sind ja jetzt alle. Sprich, wir brauchen neue Holzstämme. Ich will ja vielleicht noch ein bisschen was bauen. Hm. So, du kommst erst mal mit. Du komm, geh weg. Du, du. Da. Weggepackt. Komm, mach mal an hier. Damit wir was sehen. So. So, dann gucken wir mal. Also. Die Steckchen kommen hier raus. Ök. So. Und die Krumm auch. Oh, bleiben welche übrig. Dann müssen die raus. Das haben wir hier noch ein geteilt über Baumstamm und ein Brett. Ja, ja. Hab dich nicht so. So. Immer noch welche übrig. Dann kommt das hier raus und das hier rein. Das haben wir hier noch. Krumme Steckchen. Ja, Steckchen. Steckchen. Das hier. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ja. Heul nicht. Ja. Passt eins noch rein. Dann kommt die. Das wiegt 4 Kilo. Ja. Und die Kiste ist aber auch schon wieder voll. Das Zeug raus und das Zeug raus und dann dafür was rein. Hier irgendwie. Gerade, dass man keine Kisten übereinander stellen kann. Passt nicht rein. Ja, irgendwie geht das nicht auf hier. Das können wir ja vielleicht reinpacken mit. Ich muss neue Kisten bauen. Die Pfeile kann ich mit reinpacken. Das vielleicht auch. Das kommt mit hinter. Das kriegen wir weg. Sachen können wir mit rein in die Kiste. Das werden wir für die Medizin brauchen. Na gut. Dann lasst uns mal schauen. Herstellung, Medizin. Was brauchen wir denn? Also ich brauche auf jeden Fall Allheilmittel. Das wird schwierig. Rote und weiße Pilze. Und die alle gleichzeitig finden. Ich weiß, die weißen Pilze hat man an dem ersten großen Lager gehabt. Und die roten. So, Schlangentrank. Lebensmittel, Wasser, Energie ist nicht so wichtig. Könnte man jederzeit machen. Unbegrenzte Ausdauer. Und ich glaube, das werden wir brauchen. Wir brauchen Tierhäute und Alkohol. Ausdauer werde ich brauchen zum Hüpfen da drüben. Also zweimal 1, 2. Wie viel braucht man denn dafür jetzt? Hm. Eins pro. Soll mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Dann lasst uns die mal machen. Ausdauertrank. Dann müsste ich jetzt haben, viermal. Viermal Ausdauertrank. So, gut. Und wir trinken mal einen Kaffee. Dann ist er weg. Haben wir erledigt. So, wir haben noch Haut. Die können wir ja reinträglich in die Kiste packen. Die verwenden wir, wenn wir sie brauchen. Macht jetzt noch keinen Sinn. Lehm. Hier ist mittlerweile wieder Platz drin. Mal lehnen. Ach da, noch die Würmers. Ich sag einfach, sieht für mich aus wie Würmer. Gut, die sind raus. Kuhmahaut hängen wir rein. Pfeile rein. Na ja. Ja, weiße und rote Pilze. Weiße und rote Pilze. Die Lederhose kann hier rein. Die Steinpfeile können hier rein. Sind wir so los. So, und die Kamille. Herstellung kann aus Salbei pflanzen. Was waren denn die? Salbei behandelt. Korallenbruch da. Gegen Fieber. Rühe aus Kamillonsalbei. Fieber. Arzsalbe. Verdauungsverschwerden. Wund. Ja, ich meine Harz haben wir genug. Und Aloe müssen wir mittlerweile auch genug haben, oder? Nehmen wir mal einen Sprung mit rüber. Ja, so ein bisschen Medizin, Wärmesalbe. Wo war sie denn jetzt? Ach nee, das war hier Salbei. Das. Ja. Die Medizin haben wir. Als nächstes. Was können wir denn sonst noch machen? Korallen. Kahlo. Das ist so. Das ist so. Die Medizin. Die Medizin. naja fünf mal reich nicht vertreiben wirbel fisch nadeln und alkohol 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 nadeln autoflur muss man der werkbank ne ne ja prima Mörser jetzt wird es witzig, kann man noch eine Kokosnuss einstecken da verstören jawohl haben wir noch eine Kokosnuss irgendwo einstecken im wagen ist keine, hängt ja eine dran stimmt doch noch eine reicht also Mörser brauchen noch einen langen Griff herstellen Griff kurzer Griff ne ich glaube es war der kurze Griff ich hoffe es Herstellung Mörser Mörser hält zwar länger aber muss nicht sein so dann schauen wir mal ja so das haben wir naja so langsam auch schon kriegt man es ja hin jetzt hätte man noch eine Idee ähm leichte vergiftung schwer vergiftung ist wurscht grippe nur eine schwere grippe ist nicht verbrennung überhitzung ist nicht verdauung ist nicht bei einer von aller art von wunden kleiner stimmelcher wunden hilft bei allen arten von verbrennung vergiftung ich denke mal die schlange wenn uns bespuckt das ist nichts von wegen von einer kurz vergiftung okay malaya ist nicht äh ja eigentlicherweise brauche ich nur den schnell heilungstraum das heißt rote und weiße pilze wo kriegen wir dann rote und weiße pilze her zum teufel noch eins wo kriegen wir rote und weiße pilze her Tabak kann man ja rüber du kannst wieder hier rüber und du kannst auch hier rüber passt komm die ist mir weg sehr nützlicher wirkstoff kann zur behandlung aller arten von krankheit gewendet werden kann im sumpf gesammelt werden kann in einen krankheitsrang heilen immer mal drei mitnehmen ja ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ja heute ist vergallt bis wir zurückkommen mit dem mit dem weißen pilz vielleicht brate ich mir mal schnell noch dann habe ich das auch durch schlangen zwipsel kann mit hier rein jetzt in vergammelt hier raus dann haben wir das auch weg von der Backe hier essen wir mal was komm die knochen hier rüber das haben wir das haben wir hm achso wir haben ja noch so ein so ein so ein Leder Hummerhaut langsam haben wir ja keinen Platz mehr hm naja naja Platz ist in der kleinsten Hütte so das Fleisch nicht durchschmoddern du 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 so ja prima gibt ja alles erfahrungspunkte wasser drin gut das ist geklärt das ist geklärt wie schaut es denn hier aus ach hier fehlen die Kadaver Kokospflanze Agave Eucalyptus Feja Mais Vanille ja eigentlicherweise von dem was das hier wächst braucht man eigentlich gar nicht aber vielleicht können wir auch noch mal Samen ernten Einen Samen benötigen wir noch hier ist keiner drin hier ist keiner drin Samen Tomate Agave Wirbis Flax Nö keine Samen drin brauchen wir sozusagen nicht ich stecke weg vergammelt es ich hole mal noch was haben wir bestimmt noch eine Kiste noch oder hier ähm ähm Badadam bam Badadam bam So Nehm und rein wir hatten gedüngt hier muss nichts mehr gemacht werden es hält alles so gut heimat ist vorbereitet da ihr merkt ich drücke mich so ein bisschen davor jetzt nach dem weißen pilz zu suchen nach dem roten war es in die kiste aber ich brauche es ja weil ohne heilung wird es uns weg fackel reparieren erledigt wir haben hier eine reparierte fackel und hier einen burgen müssen wir doch mal reparieren da brauche ich eine burgensehne am besten zwei zwei leder oder burgensehne waren warum probiert sie nur mit leder da braucht doch die seile 1234 und dann zweimal burgen und der werkbank da können wir hier gleich mal noch ein paar neue herstellen seile sechs stunden dann kann der rest hier rein hier rein doch mal 1 2 3 4 wir machen mal drei von den burgen sehen ist ja nur ein bisschen material schade schade so schön schiff die werkbank ist weil die wir unterwegs gar nicht so verkehrt bogen bogen sehne an der gerber werkbank na toll ich werde es auch nie lernen bitte hallo schneckchen gut und schon ist unser tag naja wir essen das wir trinken was energie brauchen wir noch essen das essen das essen das Dünger hier komm mal raus Dünger 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 so erledigt mal gucken ob wir noch ein bisschen Barsam zum erfüllen das kostet ein seil ausgabe da so erledigt hier ausgabe ist noch drin gut es könnte verdunsten gut dann haben wir das erledigt ich will nicht ich will nicht ich will nicht rote pilze Mensch zum teufel wo waren denn die roten pilze wo waren die roten ich kann mich nicht erinnern ein seil vorsichtshalber nehmen wir noch zwei mit vorsichtshalber wenn wir was reparieren müssen beziehungsweise wir reparieren gleich das ist repariert das braucht leder oder zweimal leder mit der gürtel reparieren brach seil ok sonst noch ist die spur einmal leder jetzt wird es lustig frische haut wir haben kein leder mehr oder frische haut wildschweinhaut getrocknete haut leder herstellen ähm die dinge und wasser ja gut wasser haben wir ja gerade aufgefüllt 20 rein dann sind zumindest die sachen soweit auf repariert Hose mit kupferplatten das ist ein leder super es regnet ausrüstung ist repariert wir haben sozusagen alles was wir brauchen wir gehen mal rein weil wir nicht so nass oder obwohl wenn es regnet auch wenn es nur ein paar tröpfchen sind nämlich trotzdem so was wir mal gucken eisenpfeile also fügen pro schuss mindestens 30 schaden zu fügen setzen sie zum verwenden dem munitionsglot ein 13 39 9 1 aber ein gif pfeil nützt uns doch nichts oder wie kosten denn die bolzen drei eisen bolzen mal gucken ob wir die armbrust mitnehmen können eins zwei drei ein eisen lassen wir mal reparieren halt ich gebe mich mal eine kohle hinzufügen anzünden feuer machen level 8 tsch extra immer werkbar ok hätte jetzt gedacht müssen wir schmelzen aber naja Munition 35 Schaden 170 Ich mach die jetzt einfach mal So, die Knochenpfeile können raus, dafür kommen die Bolzen rein Ok, Knochenpfeile weg. Wo steht denn die Karre hier rum? Boi, dumm Kleinpfeile, Knochenpfeile. Warum denn die anderen Steinpfeile, die sind hier, ne? Munitionskiste kommt alles hier schön rein. Zack, erledigt. Das ist zum Reparieren, das ist zum Heilen, noch ein Bärenkomfort. Ja, das gibt voll, voll Schmackes Energie. Das soll ich mir vielleicht eins mitnehmen für unterwegs. Hat mich noch irgendwo Bärenkompott gehabt? Schwitztrank war gegen Krippe. Bärenkompott. Bärenkompott. Hm? Bärenkompott. 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 Wo war denn das Bärenkompott? Ach, das war das Weiße. 2, 2 und Wasser. 2, 2 und Wasser. Na toll. Hier hätten wir noch eins, aber die anderen nicht. Oh, wir haben draußen welche. Guck mal, wir haben doch hier... 2 mal. Dann können wir wenigstens da noch einmal Kompott machen. Er hat mit Topf natürlich wieder. Haben wir geradeaus ausgepackt. Vor allem seht ihr, ich gehe aber immer nur noch die falsche Richtung. Obwohl mittlerweile schon längst hin die Treppe da ist. Ja. Da. Bärenkompott. Zack. Was? Lass mich raten, was er ist drin. Ja, aber nächstens einfach mal. Einmal für die Energie. So, Freunde. Dann bin ich vorbereitet. Dann bin ich vorbereitet auf morgen. Wir müssen Pilze sammeln. Ich weiß noch nicht, ob wir rote und weiße finden. Heißt aber, wir werden morgen einmal querfeldeinrennen müssen. Mir war bestimmt noch immer Alkohol drin, oder? Ja. Als hätte ich es geahnt. Ja, die Pilze finden wird schwierig, aber nicht unmöglich. Weil Pumatränke habe ich, aber ich habe keine Heiltränke mehr. Und die werden wir wohl verdammt brauchen. Na gut, dann schlafe ich mal so kräftig richtig aus. Dann ziehen wir morgen nochmal los. Die letzten Zutaten für unsere Heiltränke. Weiße Pilze, rote Pilze. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr mir genau sagen könnt, wo. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder. In Vorbereitung auf dann das langersehnte Ereignis. Wir kämpfen gegen den Schlangenboss. Oh je, ich bin jetzt schon geschockt. Also dann, bis morgen in aller Frische. Tschüssi Kowski und Bye Bye.